Kann jemand mal freund sein? Jemanden? Jemanden? Hallo, ähm, ich suche nach Freunde und... Und... Na, was? Nein! Nein, du kissst mich! Ah! 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 Ich dachte, wir waren Freunde! Ah! So, was geht's in der Punde? Ich bin mit der Cake mit uns oder Co-Fan-Film. Und ja, willkommen wieder mit Cake... Ah, was Cake? Wow, wow, ja. Das Problem mit meinem Deutsch? Ja, Alter! Ich bin Hipst! Ech, ech, ech. Willkommen wieder mit Kidia5. Und ja, eigentlich wollte ich heute, ähm, online filmen, aber nein, kann ich nicht. Weil ich ein fucking Internet-Signal habe, für komische Gründe heute. Weil ich hatte schon alles vorgestellt, und so weiter. Also, ich hab... Online war schon fertig, und so weiter. Wollte ich gerade filmen. Und bam, vor allem hab ich ein Online. Genau die Zeit, wo ich das Knopf gedruckt habe für Filmen. Ja. Tja, ist nicht meine Schuld. Ist nicht meine Schuld, das ist Mutter Natur war das. Mutter Natur, fick dich, Mutter Natur. Fick dich. Na, Natur ist eigentlich... Aus meinem Mund kommt nur Blödsinn raus. Ja. Genau wie meine... ...drücke. Ähm, ja. Tja, wir sind hier. Ich wollte nachher fünf Stunden machen können. Wir haben nicht so viel, oder? Da gibt mir diese komische Busen. Was ist das? Bum, 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 bum. Ähm, weiß ich nicht. Hi, Freund! Sieht aus, als du heute... Nein, warte, es geht nicht. Pfff. Pfff. Ah! Fuck! Ah! Ich glaube, ein Eier ist geplatzt. Ich glaube... Oh, warte, nein, ich hatte kein Eier. Tolle Gauung, falscher Alarm, falscher Alarm. Mein Auto geht nicht mehr. Huh! Huh! Du war knapp, Bitch! Tja, du Schlimmerchen. Du glaubst, ich kann es nicht mehr überfahren? Geht aber nicht. Hey, Freundschaft! Oh! Ich dachte... Ah, ich dachte, ich werde stoppen. Ah, fuck! Mein... Warte, mein Ei ist eh geplatzt. Ah! Ähm, ich glaube, das ist normal, wenn mein Ei geplatzt. Warte, ich hatte doch eine... Mutter! Warum ich keine Eier? Das haben wir gegessen. Was? Ah! Das ist, ähm... Ja. Dieses Auto ist auch noch kaputt. Was ist sonst noch alles kaputt, huh? Mein Leben ist auch noch kaputt. Das ist einer von den blicksten Autos, ich je gesehen habe. Aber... Es muss... Ähm... Ja. Das ist billiger als mein Vater Auto. Warte, was? Da. Sind wir schon wieder in diese Drogenkuchen... Oh, das ist schon wieder diese Kuchendrogen da. Diese Kuchenbrösel. Oder? Oder auch nicht? Wo sind wir denn? Nein. Ist das ein fuck? Ist das ein fuck bullshit? Ist das ein fuck bullshit? Verarscht? Nein. Nein. Ich werde mich zu... Es ist eure... Es ist eure Schuld. Nein. Er... Er muss doch sterben. Er hat mich verarscht. Er hätte es nicht getan, aber... Tja, wenn ich... Was? Er hat Kinder? Tja, ich habe schwarze Kinder, bro. Ich habe auch kein Deck. Tja, ich habe kein Deck, weil ich... Keine Deck habe. Tja, das Leben ist nicht so leicht. Geh weg, du... 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 Carl Johnson-Witzer, du... Arsch. Er lebt noch. Kein politischer auf der Welt darf nicht leben. Ohne sie hätte GTA viel leichter gewesen, nicht zu leben. Doch ich... Tja... Kennt für den richtigen Mann. Komm her! Oh! Ihr kennst mich nie! Au! Tja, so klein... Jack! Ich... Ich liebe dich, Jack! So, lass mich fast überfahren. Ha! Tja, das passiert meistens. Schau jetzt verspricht mich nicht. Uh! Gezeigt, wer... Komm her! Komm her! Bleib stehen! Komm her! Zeig dir wer... Komm! Wow! Er hat nichts gesehen. Also ja, ähm... Tja, wir können nicht, ähm... Mission spielen. Er hat nur alle Zeitverschwendung, also... Machen wir einfach irgendwas. Gehen wir zum Beispiel zum Kino, oder diese... Takti, die... Töne... Komm her! Au! W- W- Warum mag mich keiner? Ich bin... Ich bin ganz normal. Ich mach nie etwas kaputt. Warum soll ich sowas machen? Ich... Ich... Ich mach nie etwas kaputt. Was meint ihr? Ja. Ich mach nie etwas kaputt. Ja. Ich... Ich... Ich mach das nie. Ich versteh das nicht. Warum soll ich das nicht? Was ist das denn? Kein Handy. Wow! Dann tut es Strafe. Kein Baby. Wow! Die... Diese Regeln... Diese Regeln... Please be... Wow! No! W- Ha! W- 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 Ha! Was? Ich... Ich dachte... Ich dachte... Oh, der Film ist scheiße! Ich wollte ja Titanic schauen, aber nein, ich muss ja das scheiße anschauen. Was ist das mit Kack? Oh! Ein Uhr! Eine andere Uhr! Ein... Ein Hitler! Was ist... Was ist das? Oh mein Gott! Oh! Ein Mann! Es ist ein toter Pferd! Der Film ist kacke! Ich wollte die... Titanic! Diese... What the... Atoni... Atonia! Titanic! Ich wollte Titanic! Oh! What the fuck! Ich habe wieder Geld verschwendet! Ich wollte die Titanic anschauen! Stattdessen habe ich diese... Fuckin Scheiß wegen dir! Fuckcha! Die Mutter war einer! Wow! Irgendwann hat mich... Dieser Typ... Da dritten... Übertrieben! Irgendwas für die Frauen hier... Der wäre ja sehr schön eigentlich... Wir haben was Neues gekauft! Vielleicht sieht sie es nicht, aber wir haben neue Schuhe gekauft! Ich weiß, wir können die Schuhe nicht wirklich sehen, aber... Diese Schuhe ist neu! Brandneu! Ich weiß... Ich weiß, es ist übertrieben! Das Geld ist zu viel für den Schuh! Ich weiß, es ist... Ich weiß... Wie sagen wir das? Das Geld ist... Schmeiß einfach auf die Fenster! Es ist übertrieben! Ich weiß... Ich höre ein Taxi! Tja, so machen wir das nächste Leben auch! Wenn du ein Taxi brauchst... Schmeiß einfach so raus, oder? Und so kriegen wir gratis... Taxi! Wow! Ja, Hunde... Das müssen wir jetzt mal ausmachen... Also ja... Ihr habt eigentlich Spaß und so weiter... Und blablabla... Was? Redet jemand? Ach, fuck! Okay... Ähm... Ja, ich glaub das war für heute mal GTA... Nächstes Mal sollten wir wieder mal GTA... Oder vielleicht was anderes... Ich bin sicher... Wenn es... Ja... Hm... Und ja... Hoffentlich gefällt euch das GTA... Wie letztes Mal... Ähm... Da war nicht so... Ich glaub das hat euch gefallen... Glaub ich halt... Hoffentlich... Keine Ahnung... Und ja... Wenn ihr Video gefallen habt... Hinterlasst ein Like... Und... Ich schau euch später, Hunde! Ja, das tut nicht weh... Das ist normal, Michael... Komm, mach doch mal! Das tut doch nicht weh, oder? Autsch! Das habe ich nicht... Das tut nicht doch weh... Sei kein Pussy mit deinem Bruder! Bis zum nächsten Mal!